Hallo liebe Freunde, mein Name ist Sigung Hasan Chivci. Ich bin der Gründer und der Leiter der Schifci Wingzong Organisation. In diesem Video möchte ich die Vorteile von Wingzong vorstellen. In Wingzong geht es hauptsächlich um Selbstverteidigung. Jeder kann innerhalb kurzer Zeit lernen sich selbst zu verteidigen. Also auch Kinder, Frauen, ältere Menschen, schwach, stark, überall und in jede Situation. In Wingzong trainieren wir Gleichgewicht und Koordination. Wenn man ein gutes Gleichgewicht und Koordination hat, kann man sein Körper effektiver einsetzen, wenn man angegriffen wird. Wir lernen komplette Körper einzusetzen, jeden Muskel, jedes Gelenk effektiver einzusetzen. Beide Gehenhälfte arbeiten besser zusammen. Wingzong ist das schnellste System, weil es sich nicht auf die Augen verlässt, sondern auf Reflexen basiert. Man kann nur das einsetzen, was vorher Reflex geworden ist. Reflexe sind schneller als die Augen. In Wingzong trainieren wir korrekte Körperhaltung, um erstens aus der Opferrolle rauszukommen. Zweitens unsere Gesundheit zu schützen. Drittens selbstbewusst aufzutreten. Das schützt uns vor Mobbing. Selbstbewusste Menschen sind im Leben immer erfolgreicher als die anderen Menschen. Durch das Wingzong-Training verbessert man seine körperliche Fitness. Man finiert Gewicht. Man trainiert Herz-Kreislauf-System. Man kräftigt und dehnt seine Muskulatur. Man baut Stress ab und tankt neue Energie. Im Wingzong lernt man Disziplin und Geduld. Man muss sich viel Mühe geben, die Bewegung zu perfektionieren. Das verbessert die Konzentration und wir arbeiten zielgerichtet. Dadurch lernt man zielorientiert zu denken und zu handeln. Zum Wingzong gehört auch Meditation. Man lernt den Alltagsstress loszulassen, um immer die besten Entscheidungen treffen zu können. So liebe Freunde, ich hoffe es hat euch gefallen. Ihr habt bestimmt noch viele, viele Fragen. Deshalb würde ich euch alle gern zum Probetraining einladen. Also, bis bald! Euer Siegion!